Achso ihr Lieben, das hätte ich jetzt fast vergessen. Ich werde noch für den 24., also bis 24.12. ein Gewinnspiel wieder machen. Einige kennen es und die sind natürlich hier ausgeschlossen. Ich werde hier jetzt im Anschluss des Videos ein Bild einfügen, was mein Logo ist und alle meine Dienste beinhaltet, die ich mache. Wer dies errät, also es wird dann ausgelost entsprechend, der erste Platz wird sein, ja gut, ich muss es jetzt auch ein bisschen abändern, weil es wird oft angefragt, ob es wieder mal ein Meet & Greet gibt und ob das auch wieder so in der Kombi sein kann, wie schon mal vor Jahren, wo man auch gemeinsam mit auf meine Dienste zum Beispiel geht, ist ja aktuell nicht möglich. Deswegen mache ich es anders. Der erste Platz wird so sein, dass es ein persönliches Gespräch geben wird. Eine Art, ja, ihr dürftet dann aussuchen, ob ihr quasi Fragen an mich als Trainerin habt oder im ganzheitlichen Bereich oder eben einfach so. Persönlich geht ja nicht, aber in der heutigen Zeit haben wir natürlich Möglichkeiten, trotzdem persönlich zu sein, auch wenn wir nicht gegenüberstehen. Der zweite Platz wird sein, ja, Fußlesung. Das heißt, ihr müsstet mir nur die Bilder eurer Füße schicken dann. Ihr werdet aber erstaunt sein, was ich euch dann Tatsache über euch selbst sagen werde. Ja, und der dritte Preis, der dritte Platz wird sein, das könnt ihr euch dann aussuchen. Ich füge hier mal noch dann Bilder bei. Entweder aus diesen verschiedenen Uhren, eine Uhr oder eben von den Ketten könnt ihr euch dann eine Kette aussuchen. Ja, dann bin ich mal gespannt, was alles kommt und wer die ersten drei Plätze belegt. Ja, dann bin ich mal gespannt, was alles kommt und wer die ersten drei Plätze belegt.